So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wir sind zurück auf dem Weg zu Level 50, aber noch nicht ganz, denn wir sind gerade ja erstmal bei Level, muss ich selber mal nachgucken, bei Level 42 und könnten jetzt den Level 43 Aufstieg machen. Wir brauchen aber noch ein legendäres Pokémon, was wir fangen. Vier Stück haben wir, fünf Stück haben wir und das brauchen wir. Eins brauchen wir noch. Das ist halt auch ein Unterschied. Manche Aufgaben sind ja, gewinne fünf Raids oder spiele fünf Raids, da müsst ihr nicht mal gewinnen oder kämpfe in fünf legendären Raids, aber das ist fange fünf legendäre Pokémon. Ihr müsst also den Raid Boss auch fangen. Außerdem sind hier diese 200 sehr effektiven Ladeattacken noch dabei. Die sind in dem Sinne nicht schwer, sondern auch wieder nur langwierig und ich möchte jetzt direkt mal hier rein in diesen Kyurem Raid, möchte den jetzt hier machen. Ich kann ja mal eine private Gruppe machen, so aus Spaß und mal schauen, wenn ich einfach so fünf Leute einlade, ob vielleicht jemand hier hinzukommt. Wir gehen einfach auf Online, gucken mal, wer gerade da ist. Natürlich zeigt sich da niemanden an. Also gehen wir nochmal zurück, gehen nochmal auf Online und das zeigt immer noch niemanden an. Beste auf jeden Fall der Online-Status. Wir haben hier Beer for Everyone, den Beer Benny, den Burkhardt, den Brot, den Bluffing kann ich nicht, das ist einer von mir. Wir nehmen hier einfach Dani der Dicke noch rein, ne? Also BisaFanTV. Den nehmen wir auch noch mit rein. Jetzt warten wir kurz, ob jemand von den Leuten eintritt, beziehungsweise könnten wir es schon auf öffentlich stellen. Mal gucken, vielleicht machen wir den mit, vielleicht einer wenigstens von denen. Wenn Beer for Everyone reinkommt, mit dem würden wir auch einen Levelaufstieg haben, dann würde ich noch ein Glücksei anmachen. Ich würde es bei 50 Sekunden trotzdem mal auf öffentlich machen, damit ich nicht alleine bin. Wir stellen es also jetzt auf öffentlich. Brot ist auf jeden Fall da. Beer for Everyone ist nicht da. Brot ist da. Glücksei, Glücksei nicht. Wir haben etliche Einer, die wir aufmachen könnten. Kritz, Kreisikus ist da. 30 Sekunden. 8 Leute. Okay. Beer for Everyone ist drin. Okay, dann mache ich doch ein Glücksei an. Dann können wir den Raid nämlich mit Glücksei machen. Wir können den Levelaufstieg mit Glücksei machen und können danach noch Level 1 und 2er Freunde annehmen, dass wir das damit verbinden können. Vielleicht, ich hoffe, er denkt dran. So nach dem Motto, ja, Glücksei, Raid und Levelaufstieg, das würde sich schon lohnen. Ich habe auch gar nicht auf sein Level gerade geachtet. Trotzdem haben wir hier Kyurem am Start. Wir haben ja in der Raidmania schon ein Level 25er, wettergeboostetes, 100%iges Kyurem gefangen. Das sieht jetzt eigentlich ganz gut aus. Wir sind 14 Leute in dem Raid. Wenn es jetzt nicht gerade wettergeboostet ist, dann weiß ich nämlich den Wert wieder nicht. Ich glaube nicht, dass das ein 100er ist, aber wir können natürlich Bonbons sammeln und jedes weitere Kyurem, was man raidet und fängt, steigert die Chance auch auf XL-Baum-Bombs für Kyurem. Und so ein 100er Kyurem könnte man natürlich auch mal maxen, mal hochziehen und vielleicht auch auf Level 50 pushen. Obwohl es jetzt nicht das stärkste Pokémon ist. Aber es gibt ja eh eine Aufgabe später, dass man 10 Pokémon oder so maxen muss. Und mit maxen ist wirklich Level 50 gemeint. Ihr braucht also XL-Bom-Bombs. Ihr müsst also wirklich ganz viel machen, um gerade so ein legendäres auf Level 50 zu pushen. Einfacher wäre es natürlich, normale Pokémon zu pushen. Sea-Day-Pokémon, was vielleicht nochmal wiederkommt oder wo ihr eh schon 20.000 Bonbons dafür habt. Oh. Jetzt ist die Aufgabe ja auch schon fertig mit den sehr effektiven Ladeattacken. Da möchte ich euch aber gleich auch noch einen Tipp zeigen, beziehungsweise zeigen, wie ich das gemacht habe. Mit Beer for Everyone sind wir aufgestiegen. 16 Bälle haben wir leider ein schlechtes. Trotzdem versuchen wir es mal einzutüten. Wer immer noch nicht den Fangtrick kennt, ne. Nicht Schnellfangtrick, aber den Fangtrick. Dass man erst den Kreis einstellt. Dass man dann immer nur wirft, wenn er gerade angegriffen hat. Sodass das euren Ball nicht abwehrt. Ist auch direkt drin im Ersten. Ich habe zwar jetzt nicht in den Kreis getroffen. Ist wieder der Vorführeffekt. Trotzdem doppelte Bonbons noch mitgenommen. Sieben Stück. Das verstehe ich nicht. Ich dachte, es gibt drei und dann gibt es sechs. Jetzt gibt es sieben. Also gibt es jetzt mehr Bonbons dadurch auch. Wir haben fünf XL Bonbons von dem Teil. Ja gut, das ist so schlecht. Das müssen wir uns gar nicht angucken. Jetzt sind wir schon Level 43. Eigentlich wollte ich gerade noch die, ähm, Pose ist auch dabei. Eigentlich wollte ich gerade noch diese sehr effektiven Ladattacken machen, wie ich das gemacht habe. Ihr habt ja wieder 20 Bälle bekommen. 20 Tränke, 20 Beleber, 20 Bären. Ein super XL Bonbon, also ein Sonder, ein XL Sonder Bonbon, einen Raid Pass, eine Brutmaschine, eine Pose dabei. Ist die Pose sinnvoll? Sollte man die Pose einnehmen? Wir können ja mal zum Angeben die Pose kurz anlegen. Wir können uns ja mal anschauen, wie das aussieht, ja. Individualisieren, genau. Wir gehen mal auf die Posen, wählen mal diese Pose aus. Wo auch immer die steht, hier vorne. Was ist das denn? Das sieht doch nicht cool aus, oder? Ja, nee, komm, wir lassen einfach die Pose. Sonst sieht man ja von der schönen Jacke nichts. Was ich jetzt noch machen wollte. Erstmal ist ja hier dieses komische Event noch. Das Carlos-Event, also die Feier zum Carlos-Event. Da muss ich sowieso noch ein paar Sachen abholen. Und zwar, nee, das meine ich gerade auch nicht. Das können wir aber auch gleich mal mitmachen. Wir holen hier mal was ab. Die paar Belohnungen aus der Aufgabe, die noch da sind. Die können wir nämlich jetzt mit dem Schnellfang-Trick abholen. Schnellfang-Trick, ihr wisst. Bäre nach rechts ziehen. Curven. Loslassen. Zweimal auf den Bildschirm tippen. Und ihr seid schon draußen. Und das Teil ist gefangen. Schwöre ich. Guck, wenn ich hier reingehe. Bei zuletzt. Es ist nicht gefangen. Okay, es ist nicht gefangen. Dann ist es halt oben im Stapel drin. Keine Ahnung. Bis jetzt hat immer alles gefangen, was da drin war. Wir können es hier mit dem Kollegen nochmal probieren. Curven. Loslassen. Zurück. Es hat gefangen. Auf jeden Fall. Das sieht man. Das andere ist jetzt im Stapel verschwunden. Das meinte ich aber nicht. Wir haben hier die Carlos-Feier. Das können wir noch abholen. Und uns das nächste Kapitel anschauen. Wie viele Kapitel es da überhaupt gibt. Vielleicht auch vier. Vielleicht ist das jetzt schon das letzte. Fange 20 Pokémon. Fange ein Froxy. Lande sieben großartige Würfel. Man muss also jeden Starter der sechsten Gen einmal fangen. Für diese Carlos-Feier. Dann ansonsten. Was ist Level 43? Was müsst ihr da machen? Das sind ja auch wieder Aufgaben da. Die gucken wir uns jetzt hier mal an. 11 Millionen Punkte. Wir haben 269 von 11. Das passt also. Gewinne 30 Trainerkämpfe in der Superliga. In der Hyperliga. In der Meisterliga. Kämpfe 20 Mal in der Go-Kampfliga. Heute hat mich Julchen, glaube ich, gefragt, ob ich dieses Season auch wieder in der Kampfliga kämpfen werde. Bisher habe ich noch keinen Kampf gemacht. Durch die Level 44 Voraussetzung muss ich kämpfen. Also werde ich trotzdem natürlich wieder in der GBL anfangen. Diese Trainerkämpfe, Super-Hyper-Meister, die könntet ihr theoretisch mit einem Freund machen. Oder eben gegen euren Trainer selber. ist halt, ist an sich auch wieder nicht schwierig, ist wieder nur zeitaufwendig. Kämpfe 20 Mal in der Go-Kampfliga ist an sich schwieriger, aber es steht ja auch nur da Kämpfe und nicht Gewinne. Eigentlich wäre es, weiß ich nicht, Gewinne 30 Trainerkämpfe, das kannst du ja beeinflussen, wenn du gegen einen kleinen Account spielst und dich immer gewinnen lässt. Da ist es aber wichtig, dass du gewinnst. Aber das ist so bedeutungslos, da hätten sie einfach nur Kämpfe 30 Mal in der Superliga oder so machen können. Während sie bei der GBL sagen, du sollst 20 Mal kämpfen. Krasser wäre es gewesen, gewinne 20 Mal in der GBL. Das wäre wenigstens eine Herausforderung, aber nur 20 Mal kämpfen ist halt jetzt wirklich nicht schwer. Gleichzeitig gibt es aber wohl hier eine Spezialforschung auf Level 43. Verwende 43 Power-Ups bei Pokémon. Brüde 14 Eier aus. Fange 430 Pokémon. Da erscheint dann auch ein Pokémon aus der Spezialforschung. Es gibt 4.003 Erfahrungspunkte, 4.003 Staub. Also das klingt schon heftig. 43 Power-Ups ist auf jeden Fall saftig. 14 Eier. Nimmt man mal so mit nebenbei. 430 Pokémon, da muss ja das Gott schon wieder einiges machen. Jetzt aber mein Trick, wie ich das gemacht habe, mit den sehr effektiven Ladeattacken. Ich habe gegen den roten Trainer gekämpft, also gegen Candela. Bin in die Superliga. Und dann habe ich mir vorne ein Mantags rangeholt. Ein Mantags mit Blubstrahl. Ich zeige euch das mal. Es gibt viele Leute, die haben gesagt, sie nehmen das und das und rotzen da alles durch. Jetzt bin ich hier in der Superliga. Mantags ist jetzt nicht das krasseste Pokémon. Es ist aber gegen alle drei effektiv, was der Gegner bringt. Wir greifen hier schon sehr effektiv an und sobald der Blubstrahl voll ist, drücken wir nichts. Mit dem Blubstrahl, wenn ihr drückt und da jetzt das Minispiel macht, macht er ja mehr Schaden. Ihr wollt aber nicht, dass der mehr Schaden macht. Ihr wollt einfach nur, dass der sehr effektiv trifft und ladet euren zweiten Blubstrahl auf, haut den wieder raus, macht aber wieder nicht das Minispiel. So trifft er den auch wieder, aber der Gegner überlebt länger, als wenn ihr extra noch die Minispiele macht. Wenn er zu seinem kommt, kommt er nicht. Wenn er aber zu seinem kommen würde, schildet ihr halt einmal und dann ist das alles, was ihr machen müsst. Ihr macht immer nur eure Ladeattacken voll, lasst sie durchstreichen, ohne was zu machen. Gleichzeitig sinkt natürlich der Angriff des Gegners immer, was wichtig ist. Denn wenn der Gegner euren Mann tags besiegt, ist ja doof. Wenn er es nicht besiegt, könnt ihr immer weiter wieder euren Blubstrahl drauf machen. Und dadurch, dass der Angriff vom Gegner immer weiter sinkt, immer weiter sinkt, macht er auch nicht wirklich Schaden bei euch. Wir haben jetzt das vierte Mal den Blubstrahl gemacht. Zum fünften Mal kommen wir leider nicht, haben aber beim letzten Blubstrahl einmal. Wenn mich nicht alles täuscht, müssten wir es beim letzten sogar dreimal schaffen. Das heißt, mit einmal Trainerkampf kann ich siebenmal die sehr effektive Ladeattacke machen. Ich habe das Ganze mal mit Garados gemacht, was mit Biss angekniffen hat, dass es eben nicht effektiv ist. Und dann sein Nassschweif gemacht, was effektiv ist. Bei Garados war es aber so, dass nach fünf Ladeattacken alle Gegner tot waren. Oder spätestens nach sechs Ladeattacken. Hier, weil es eben nicht so kräftig ist, schafft er sieben Ladeattacken, bevor die Gegner alle tot sind. Das finde ich persönlich sehr cool. Mehr habe ich noch nicht geschafft. Wenn ihr ein Pokémon habt, bei dem ihr in der Superliga oder so kämpfen könnt und achtmal eine sehr effektive Ladeattacke durchbringt, dann schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich habe es jetzt mit Mantax gemacht, weil sieben fand ich gut. Kam ich gut voran. Nebenbei hat man natürlich auch für die Ast-Trainer-Medaille trainiert und das hochgepusht. Aber mehr als sieben habe ich bei keinem geschafft. Ich habe aber auch nicht so viel ausprobiert. Ich habe mich gleich mit dem zufrieden gegeben. Jo, das war mein Profi-Tipp für die 200 Ladeattacken. Manche haben das auch in Raidkämpfen versucht. Ich hatte ja bei den Raidkämpfen eben, ging das ja auch, immerzu draufgehauen, draufgehauen, draufgehauen. Das ist was anderes, aber da braucht ihr ja erstmal einen Raid. Und dann ist der Raid ja schneller um, als man gucken kann vielleicht. Aber die sieben Stück, die mir noch gefehlt haben, hat es in dem Raid eben gemacht mit Metagross. Trotzdem hätte ich das einfach so gelassen. Jetzt, solange mein Ei noch an ist, wollte ich ja aber noch ein paar Geschenke abholen. Damit ein paar Leute noch gegrüßt werden, mache ich das hier. Grüße gehen raus an Leon Pups, den ich jetzt abhole. Sein Geschenk. Ich hoffe, der braucht die 3000 Erfahrungspunkte nicht. Ich mache das ja nur, dass wir weiterleveln können. Jetzt muss ich aber noch was wegschmeißen. Wir hauen die hier mal weg. Hiervon können wir ein paar weghauen. Eigentlich müsste ich die roten weghauen, aber die roten brauche ich ja dann wieder für die ganzen Pokémon, die man fangen muss. Die 430 Stück. Es ist, wir haben immer noch zu viel. Wo kommen die ganzen Items her? Wir sind immer noch 13 drüber. Gut, ich schweiß noch mal die ganzen Hyperbälle weg. Vielleicht sieht das dann besser aus. Dann holen wir noch kurz ein paar Geschenke ab bei ein paar Kollegen. Grüße gehen raus an jeden, der sich sieht, an jeden, den ich abzock. Die Bären können zumindest weg. Alle bis auf die Gelben. Die brauchen wir auch nicht. Bis jetzt fand ich trotzdem eigentlich noch nichts schwer. Noch nichts, was bisher Levelanforderungen war, fand ich schwer. Es sind manche Sachen dabei, die sind halt nervig, weil die zeitintensiv sind, aber schwer ist eigentlich wirklich nichts. Das einzig Schwere an den ganzen Sachen sind wohl die Erfahrungspunkte zu erreichen für manche Spieler. Aber die Aufgaben an sich, einfach nur 20 Mal in der GBL kämpfen, dass selbst Leute, die keinen Bock auf GBL haben, die machen halt, gehen einfach rein, gehen wieder raus. Vielleicht zählt das ja auch schon dazu. Leon Pups, Ramona Vree, King, Jelfi, ihr seid alle gegrüßt. Ihr werdet alle abgezogen hier. Zack. Der Stromkasten, mit dem habe ich neu gelevelt. Die Zweier könnte man vielleicht auch noch abholen, weil die meisten wollen ja eh erst Abüberfreunde und beste Freunde dann ihr Zeug machen. Ramses der King, der hier, Babo Furkan, der hat ja auch letztens schon gefragt, wann machst du endlich mein Geschenk auf? Obwohl wir schon eine Interaktion hatten, mache ich es halt jetzt auf. Ich hoffe, er freut sich. Devin the King, da steht auch nichts drin. Wenn wirklich Leute an ihrem Buddy stehen haben, Open Seed Day oder sonst was, dann warte ich auch für den Seed Day. Daran soll es jetzt nicht scheitern. Deswegen kommuniziert immer mit dem Buddy. Ist das Beste, was ich euch sagen kann oder auch zur Raid-Stunde, wenn ihr da leveln wollt, schreibt das an den Buddy ran. Kim Carbador haben wir zweimal hier drin mit verschiedenen Nummern. Nehmer auch noch mit. King Hammer, dessen Freundin hat heute auch mitgeraidet und hat dann geschrieben, bin die Freundin von King Hammer. Hoffe ich, dass das so war. Hat sich bedankt für den Kyurem Raid. Haben wir heute wieder ganz viel Kyurem Raids gemacht, um die Leute da zu bestücken. Libera for Red ist noch dabei. Boopcorn ist noch dabei. Sieglients, Sieglients, Sieg, Sieglients, Tofo, Tofo09. Machen wir auch noch auf. Brot. Brot schon nicht mehr. War Tofo der letzte? Ich glaub, Tofo war schon, Tofo war schon blau, glaub ich. Deswegen hat er noch eins gefehlt. Vielleicht hat er auch keins mehr gefehlt. Wenn's nicht immer zu hängen würde, würde man das natürlich besser sehen. So. Online, wunderbar. Hat ein Ohr doch gefangen. Dann lass ich die jetzt nochmal durchlaufen. Wir melden uns zurück. Wenn man die Level 43 Herausforderung zu Ende machen, genauso wie eben diese anderen Aufgaben, die für die für Level 44 nötig sind. Also ihr habt hier nochmal die ganzen Kämpfe. Vielleicht gibt's da einen kleinen GBL-Stream dazu, wenn wir 20 Mal in der Go-Kampfliga spielen müssen. Oder kein Stream, sondern ein Video. Könnte man auch machen. Und das andere Trainerkämpfe passt natürlich nicht, wenn man gegen die Teamleiter kämpft. Sonst hätte man da das trainieren können. Hätte man trainieren können gegen die Teamleiter und gleichzeitig den noch gemacht. Jetzt kommt's natürlich an, ihr könnt ja die 30 bei GBL auch mit Superliga verbinden. Naja, egal. Das war's auf jeden Fall von meiner Seite aus. Jetzt sind wir schon Level 43. Es hätte alles schneller gehen können, muss es aber nicht. Es rennt ja eh nichts weg. Wenn ihr 50 seid, danach geht's ja auch erstmal wieder nicht weiter. Und wer weiß, ob's nochmal eine Erhöhung gibt oder wann eine Erhöhung kommt. Vier Jahre hat's jetzt gedauert. Deswegen hängt euch ein bisschen rein, aber hängt euch nicht allzu sehr rein. Es gibt auch noch andere Sachen, die sinnvoller und wichtiger sind. Ihr müsst nicht auf Biegen und Brechen versuchen, diese ganzen Aufgaben jetzt durchzurotzen. Das war's auf jeden Fall von meiner Seite. Ich hoffe, der Stream heute mit den Kyurem Raids für Zuschauer hat euch gefallen und morgen wäre noch eine Runde. Morgen ist der Tobi nicht da, morgen ist der Marco da. Tobi ist auch da, okay, nehme ich zurück. Aber morgen von 10 bis 17 Uhr würden wir nochmal Kyurem Raids für Zuschauer machen. Da können wir euch wieder durchboxen. Schaltet also ein morgen ab 10 Uhr. Ansonsten, schönen Abend noch. Peace out. Vorhaut. Das ergibt gar keinen Sinn, was ich jetzt sage. Das Video hier nehme ich ja auf und das kommt an einem ganz anderen Tag. Das Video mit Level 42 habe ich ja... Ach, egal. Vergesst einfach alles, was ich gesagt habe. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Wo ist denn hier die Aufnahme? Ich bin... Wir sehen uns beim nächsten Mal.